Die folgenden Dinge sind alle wahr. Erfahrung ist der Weg zur Weisheit. Campen ist was für Noobs und Tipis. Clowns darf man nie trauen. Call of Duty kickt mich voll. Und Call of Duty Elite kickt gleich noch viel mehr. Willkommen zum ersten Tag vom Rest deines Lebens, wo es noch mehr kickt. Glaubst du, du bist schon Captain Abschuss-Serie? Elite nimmt dich mit auf eine echt abenteuerliche Reise und kickt voll. Man verbessert sich nicht durch Scaffen auf die Abschusskamera vor dem Respawn. Man steigert sich durch Heatmaps, Waffentipps. Das ist Elite. Bekommt als Erste die neuen Karten für eure Konsole. Das ist Elite. Wissen, wann ihr die kleine Natascha hier rausholen müsst? Das ist Mucho Grande, Elite. Willst du mit Daddy an die Arbeit gehen, Baby? Ja, du willst! Aber Elite dreht sich nicht nur um dich, Warmduscher. Es geht um deinen Clan. Denn bei Elite sind Clans wichtig. Jemand in deinem Clan kickt voll. Immer feste Drau. Dann kickt ihr alle voll. Das ist mein Clan. Die heißen Lude. Verbrennt euch nicht. Jeden Monat bringt euch Elite etwas Neues. Frisch als die Windeln eines Noobs. Denn Noobs pissen sich gern ein. Spezialeinheit, neue Spielmodi und ja, neue Maps. Jeden verdammten Scheißmonat für die nächsten neun Monate. Jaha, das mache ich gleich mal ne Party. Hey, fang mal. Hehe, war ne Granate. Natürlich könnt ihr warten und die DLCs alle einfach viel später kaufen. Die 15 Kröten viermal im Jahr latzen wie meine Oma, die sogar ihr Sofa auf Pump holt. Oder? Ihr seid für 50 Mäuse bei Elite dabei und kriegt gleich alles. Sagt mir Leute, wie feiert man ne geile Party? Was kickt voll krass? Wie kriegt man mehr? Wie rinnt mehr Tinte aus dem Füller? Wie reißt du dem Terroristen Arsch auf? Wie wirst du die hässliche Brautmus? Wie enttäuscht du deine Mama? Wie verwirrst du deinen Vater? Kennt jemand ein Lied? Woo, genau davon rede ich doch. Na dann los. Los, meldet euch an. Call of Duty Elite. Das ist ein Atompilz. Jetzt für Xbox 360. Jakob Jan K